Hallo und herzlich willkommen zur ersten Lektion dieses Videokurses Zuhause Gesang aufnehmen. Ja, dieser siebenteilige Praxiskurs soll dir dabei helfen, deine ersten professionellen Gesangsaufnahmen von zu Hause aus in den Cubase Elements zu realisieren. Ich zeige dir, wie du dich optimal auf eine Aufnahmesession vorbereiten kannst, wie du deine Stimme aufnehmen und abmischen kannst, wie du eine Gesangsmelodie zum Instrumental findest und auch wie du deinen ersten Songtext schreiben kannst. Cubase Elements ist die Musikproduktionssoftware, mit der wir in diesem Kurs arbeiten wollen. Einen grundlegenden Einstieg in das Programm bekommst du in unserem Videokurs Zuhause Musik produzieren in 14 Tagen zum ersten Song und daran zeigt dir Paul, wie du dein erstes Instrumental in Cubase Elements produzieren kannst und gibt dir einen grundlegenden Einstieg in die Funktion der Software. Falls du Cubase bisher noch nicht genutzt hast, findest du unter diesem Video einen Downloadlink zur kostenlosen Testversion von Cubase Elements. Okay, in dieser Lektion möchte ich dir gerne einen Überblick geben, was du eigentlich an Equipment brauchst, um deine Stimme professionell aufzunehmen. Ich zeige dir, wie du dein Aufnahmesetup einrichten kannst und wie du ein Cubase Projekt fürs Vocal Recording, fürs Aufnehmen vorbereitest. Das erste Glied in der Aufnahmekette ist das Mikrofon. Für Gesangsaufnahmen haben sich sogenannte Großmembran-Mikrofone etabliert. Die meisten Großmembran-Mikrofone kommen mit einer Spinne als Halterung. Das ist dieses Teil hier. Damit ist eine elastische, freischwingende Aufhängung des Mikrofons möglich. Das ist wichtig, damit Schwingungen vom Mikrofonständer oder Rumpelgeräusche vom Fußboden nicht auf die Membran im Mikrofon übertragen werden und du beim Einsingen ohne Bedenken zum Beat mitwippen kannst. Vor dem Mikrofon ist die Verwendung eines sogenannten Plop-Schutzes wichtig, damit Explosivlaute wie P oder B, die einen besonders starken Luftstrom vor dem Mund erzeugen, nicht störend laut aufgenommen werden. Ich kann das mal kurz hier euch demonstrieren, wie das Ganze mit und ohne Plop-Schutz klingt. Platzende Peperonis. Platzende Peperonis. Auf meinem USB-Mikrofon hier habe ich so einen Windschutz, der auch wie eine Art Plop-Schutz funktioniert, aber bei Gesangsaufnahmen mit Großmembran-Mikrofonen benutzt man meistens so eine Art Plop-Schutz hier mit einem Gewebestoff, der dann eben verhindert, dass der Luftstrom hier zu stark aufs Mikrofon übertragen wird. Aufstellen kannst du das Mikrofon dann mit einem entsprechenden Mikrofon-Stativ und das lässt sich auch in der Höhe individuell anpassen. Kommen wir nun zum Interface. Das Interface als externe Soundkarte ist die Schnittstelle zwischen deinem Mikrofon und deinem Computer und wird per USB an den Rechner angeschlossen. Es wandelt das analoge Mikrofonsignal in ein digitales Audiosignal um, mit dem du dann in Cubase weiterarbeiten kannst. Neben Eingängen für Mikrofone oder Instrumente sind am Interface auch Ausgänge für Lautsprecher oder Kopfhörer und ja hierüber kannst du dann den Sound aus Cubase hören. Mit einem XLR-Kabel kannst du dein Mikrofon dann in einen Eingangskanal von deinem Interface stecken. Zum Aufnehmen vom Gesang und Musik produzierenden Cubase benötigst du geschlossene Bügelkopfhörer. Geschlossen deshalb, damit beim Aufnehmen auch wirklich nur deine Stimme und nichts vom Instrumental, das du eben über die Kopfhörer hörst, mit aufgenommen wird. Okay, fassen wir doch mal zusammen. Fürs Vocal Recording brauchst du zunächst ein Großmembran-Mikrofon mit entsprechendem Zubehör, also einem Plop-Schutz, gegebenenfalls einer Spinne, einem XLR-Kabel und einem Mikrofon-Stativ. Dann brauchst du noch ein Audio-Interface und geschlossene Bügelkopfhörer. Diese Komponenten kannst du dir entweder selbst zusammenstellen, so wie ich das gemacht habe, oder du kaufst sie weitestgehend in einem Bundle. Als Bundle, also sozusagen alles in einem Paket, kann ich dir das Focusrite Scarlett Recording Set empfehlen. Daran ist bis auf einen Plop-Filter und ein Mikrofon-Stativ alles enthalten, was du zum Aufnehmen deiner Stimme brauchst. Den Link zum Bundle und auch Empfehlung für einen Plop-Filter und ein Mikrofon-Stativ findest du unter diesem Video. Okay, jetzt bist du an der Reihe. Bau das Mikrofon neben dir auf, schließe es per XLR-Kabel an einen Eingangskanal von deinem Interface an und stöpfst du dann das Interface per USB-Kabel in deinen Rechner. Wenn du dir ein neues Interface kaufst, dann ist es zunächst wichtig, dass du dir den Treiber von der Herstellerseite herunterlädst und auf deinem Computer installierst. So kann dein Rechner das Interface als Audio-Gerät erkennen und du kannst damit in Cubase aufnehmen. Ja, wenn dein Interface dann angeschlossen ist und der Treiber installiert ist, dann kannst du in Cubase mit der Einrichtung zum Aufnehmen weitergehen. So, da sind wir auch schon in Cubase hier in unserem Musikprogramm drin und ich habe hier ein Projekt mit einem Instrumental geöffnet, zu dem ich dann später Gesang aufnehmen möchte. Dann kannst du dir dieses Instrumental als MP3 unter diesem Video herunterladen und in ein neues Projekt auf eine Stereo-Audiospur laden und dann von da aus starten. An dieser Stelle möchte ich also anknüpfen und Cubase fürs Vocal Recording vorbereiten. Zuerst möchte ich dafür mal sicher gehen, dass Cubase hier auch den richtigen Treiber, also den vom Interface nutzt. Dafür gehe ich hier oben auf Studio, Studio-Einstellung und dann in diesem Fenster hier auf VST-Audiosystem und dann kann ich hier oben den richtigen Treiber vom Interface auswählen. Bei mir ist das hier Yamaha Steinberg USB-Audio. Genau, den wechsle ich jetzt, dann geht es hier auf Übernehmen, wenn das vorher noch nicht eingestellt war und dann könnt ihr das Fenster mit OK wieder schließen. Als nächstes möchte ich den Eingangskanal für mein Mikrofon festlegen. Dafür gehe ich hier oben auf Studio, Audio-Verbindung, alternativ auch mit F4 zu öffnen und dann habe ich hier den Tab Eingänge. Über Bus hinzufügen kann ich jetzt hier einen neuen Eingangskanal erstellen. Wir brauchen einen Monokanal und können ihm hier noch den Namen Mikrofon geben, damit wir auch Bescheid wissen, um was für einen Kanal es sich handelt. Mit Bus hinzufügen wird er dann erstellt und dann können wir hier das Audio-Gerät auswählen. Das müsste eigentlich schon automatisch der Treiber vom Interface sein und dann können wir hier bei Geräteport den Eingangskanal vom Interface bestimmen, an denen wir auch das Mikrofon mit dem XLR-Kabel angeschlossen haben. Bei mir ist das der Input 3, den wähle ich jetzt hier aus und habe damit den Eingangskanal für mein Mikrofon jetzt hier eingestellt. So, als nächstes brauchst du im Projektfenster jetzt noch eine Mono-Audiospur, auf die du dann den Gesang aufnehmen kannst. Die kannst du erstellen, indem du hier einfach in dem leeren Feld mit der Rechts-Taste einmal klickst. Und dann gehst du auf Spuren-Zufügen-Audio, wählst als Audio-Eingang den Eingangskanal, den wir gerade erstellt haben, aus. Das ist hier dieser Eingang-Mikrofon. Das Ganze soll eine Mono-Audiospur werden. Der Audio-Ausgang ist Stereo-Out, das ist standardmäßig so schon eingestellt. Und wir können die ganze Spur zum Beispiel Gesang nennen und dann hier mit Spuren-Zufügen erstellen. Dann kannst du der Gesangsspur, wenn du magst, noch eine Farbe hinzufügen. Das geht hier oben in diesem Malkasten. Meine Standardfarbe für Gesang ist rot. Und ja, so sieht das Ganze schön schick aus. Und wir haben unsere Mono-Audiospur zum Recorden erstellt. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich dir noch kurz zeigen, wie du den Tastaturbefehl fürs Aufnahmestarten ändern kannst. Der ist nämlich standardmäßig auf die Maltaste gelegt. Und das funktioniert zum Beispiel bei mir mit der Laptop-Tastatur nicht so gut. Deswegen möchte ich den ändern. Und das geht hier auf Bearbeiten. Dann Tastaturbefehle. Und dann gehen wir hier unter den Ordnern auf Transport. Den Befehl Aufnahme. Und können hier dann eine neue Tastenkombination zuweisen. Das ist jetzt hier auf Nummer Mal. Ich möchte das gerne auf A legen. Diesen Befehl weise das zu. Und damit habe ich jetzt A als Tastaturbefehl für Aufnahme bestimmt. Und ja, den anderen kann ich im Prinzip rauslöschen. Den brauchen wir nicht. So, dann kann ich es mit OK bestätigen. Und dann kann ich jetzt mit der Taste A auf der Tastatur die Aufnahme starten. Okay, damit ist das Cubase Projekt soweit eingerichtet und wir können uns wieder dem Mikrofon zuwenden. So ein Großmembran-Mikrofon braucht immer eine aktive Spannungsversorgung. Diese sogenannte Phantomspeisung hat 48 Volt und lässt sich bei fast jedem Interface separat dazu schalten. Der Schalter dafür ist meistens mit 48V oder plus 48 beschriftet. Ganz wichtig, wenn ihr euer Mikrofon ans Interface anschließt, immer zuerst den Stecker einstöpseln in den Eingangskanal und dann die Phantomspeisung aktivieren. Andersrum genauso erst wieder die Phantomspeisung ausmachen und dann das Mikrofonkabel ziehen. Andernfalls kann es zu Beschädigungen am Mikrofon kommen und das wollen wir natürlich vermeiden. Die Phantomspeisung ist aktiviert und ich kann als nächstes den Eingangspegel von meinem Mikrofon hier an meinem Eingang, das ist bei mir Eingang 3, einstellen. Das geht mit diesem Regler hier, dem Input-Regler. Zum Einpegel benutze ich meistens direkt die Aufnahmefunktion in Cubase, so kann ich visuell anhand der Audiospur sehen, ob ich leiser oder lauter pegeln muss. Springen wir mal rein in Cubase und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Wichtig für die Aufnahme ist auch noch, dass bei der jeweiligen Spur immer die Aufnahmbereitschaft aktiv ist, aber das geht in Cubase immer automatisch, indem du einfach die Spur auswählst. Sieht man jetzt hier bei den anderen Instrumenten Spuren zum Beispiel auch. Also mit einem Klick auf die Spur ist die Aufnahmebereitschaft direkt aktiv und mit dem Tastaturbefehl A, den wir jetzt gerade eingerichtet haben, kannst du dann die Aufnahme starten. Außerdem möchte ich jetzt nichts vom Instrumental hören, sondern es geht nur darum, den Pegel vom Gesang einzustellen. Deswegen schalte ich die Spur hier auf Solo. So, dann hole ich mir mal das Mikrofon hier ein bisschen näher ran und kann dann gleich mit dem Tastaturbefehl A einfach die Aufnahme starten und werde beim Einsingen dann mal den Pegel einstellen, sodass es passt. Ich stelle mal den Pegel ein und schau, was ganz gut passt. Ich stelle mal den Pegel ein, ja, ich regel das. Ich stelle mal den Pegel ein und schau, was ganz gut, ich schau, was ganz gut passt. Das war ein bisschen laut. Ich stelle mal den Pegel ein und ich denke, so passt es ganz gut, auch wenn ich lauter sing. Ja, herrlich, so passt es ganz gut und können sich die Aufnahme hier mit Leertaste beenden. So, das ist jetzt ein ganz guter Aufnahmepegel, bei dem auch hier an lauteren Stellen noch genügend Headroom vorhanden ist. Ganz wichtig beim Einstellen des Mikrofonpegels ist, dass du den Inputregler so einstellst, dass es wirklich hier zu keinem Zeitpunkt übersteuert, das Signal. Ein übersteuertes Signal würde so aussehen und da würden die Pegelspitzen einfach abgeschnitten werden und ja, dabei kommt es zur digitalen Verzerrung und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Du kannst dir den Pegel auch im Mixer anschauen, den kannst du mit F3 öffnen und dann kannst du dir hier bei der Gesangsspur neben dem Lautstärkefader die Lautstärke anzeigen lassen. Wir können das mal kurz abspielen lassen. Ich stelle mal den Pegel ein, ja, ich regel das. Ich stelle mal den Pegel ein und schau, was ganz gut, ich schau, was ganz gut passt. Ich versuche immer so zu pegeln, dass ich insgesamt unter minus 8 dB bleibe und so habe ich auch für lautere Stellen, falls es mal beim Einsingen ein bisschen lauter wird, noch genug Headroom, genug Luft nach oben. Okay, die Aufnahme funktioniert und der Pegel passt. Jetzt gilt es noch, das sogenannte Direktmonitoring einzustellen. Das bedeutet, dass du beim Aufnehmen über Kopfhörer das Direktsignal vom Mikrofon ohne Verzögerung parallel zum Instrumental aus Cubase hören kannst. Wie sich das Direktmonitoring aktivieren lässt, ist abhängig von deinem Interface. Bei den meisten FocusedWide Interfaces zum Beispiel kannst du es direkt am Interface mit einem kleinen Button aktivieren. Bei den meisten Steinbeck Interfaces, wie bei meinem auch, geht das direkt in Cubase. Hier unter Studio, Studioeinstellung kann ich dann in diesem Feld hier unter VST Audio System das direkte Mithören aktivieren und dann ist ebenfalls das Direktmonitoring aktiviert. Im Mixer kann ich dann hier in dem entsprechenden Eingangskanal noch die Lautstärke vom Monitoring und weitere Parameter hier im Channel Strip anpassen. In meinem Fall muss ich auch in der Autospu hier noch das Monitoring aktivieren. Das geht über diesen kleinen Button. Das brauchst du aber nicht, wenn du zum Beispiel ein FocusedWide Interface hast, weil das Monitoring eben direkt über das Interface und eben nicht in Cubase läuft. Die Lautstärke vom Instrumental beim Einsingen kannst du einfach direkt in Cubase hier im Mixer mit der Master-Lautstärke bestimmen oder hier mit den einzelnen Lautstärkefedern anpassen, sodass du ein passendes Verhältnis von Instrumental und Mikrofondirektsignal hast, was beim Einsingen für dich funktioniert. Bei mir in Cubase habe ich das Direktmonitoring jetzt hier aktiviert und kann mal eine erste Testaufnahme zum Instrumental machen. Die starte ich wieder mit dem Tastaturbefehl A und kann sie mit Leertaste dann beenden. Ja, ich hab dir doch gesagt, Mann, ich regel das. Ist alles cool, yes, wo der Pegel passt. Ich hab dir doch gesagt, Mann, ich regel das. Ist doch alles cool, yes, wo der Pegel passt. Ja, ist auch eine schicke erste Testaufnahme geworden. Einfach mal, um es zu testen, wie der Pegel wirklich funktioniert. Okay, jetzt bist du wieder an der Reihe. Aktiviere die Phantomspeisung an deinem Interface und stell den Eingangspegel vom Mikrofon passend ein. Dann kannst du das Direktmonitoring aktivieren und gegebenenfalls noch das Lautschecker-Verhältnis im Mixer von Direktsignal zu Instrumental anpassen. Ja, und dann kannst du auch schon deine erste Testaufnahme in Cubase machen. Let's go! So, damit ist dein Aufnahmesetup jetzt eingerichtet und das Cubase-Projekt soweit vorbereitet, sodass du aus technischer Sicht mit dem Aufnehmen starten könntest. Bevor du jetzt Hals über Kopf loslegst, möchte ich dir in Lektion 2 zunächst zeigen, wie du dein Mikrofon optimal im Raum aufstellen kannst, mit welchem Abstand du am besten einsingst und was es sonst noch so vor dem Gesangsmikrofon zu beachten gibt, damit du auch den besten Sound aus deiner Stimme herausholen kannst. Schön, dass du mit dabei warst und wir sehen uns gleich wieder in Lektion 2. Schön, dass du mit dabei warst.